Herzlich Willkommen beim RSV Wendlingen. Hallo, wir sind Jugendtrainer vom RSV Wendlingen. Die Jugendarbeit wird bei uns groß geschrieben, gibt es eigentlich auch schon immer. Wir haben derzeit zwölf Jugendspieler, freuen uns immer über den Zuwachs. Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Danny, ich bin 14 Jahre alt. Und wie lange spielst du schon Radball? Schon seit 8 Jahren. Wieso spielst du Radball? Es ist ein außergewöhnlicher Sport und macht mir viel Spaß. Wer hat dich da drauf gebracht? Mein Vater. Mein Idol ist mein Vater. Danny. Noah. Eric. Aaron. Leon. Er ist von Berlin!